Ich unterstütze Annette Kahl im Landtagswahlkampf, weil sie meine Heldin der Oberpfalz ist, weil ich weiß, dass sie im Bereich der ländlichen Räume, der Regionalplanung eine absolute Expertin ist. Aber das Allerwichtigste, weil ich weiß, dass sie eine Politikerin ist, die mit Leidenschaft, mit Verstand, aber vor allem mit ganz viel Herz ihren Job verrichtet. Also 15. September, Annette Kahl, was sonst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017